Arpat, die bezaubernde Rilana, Fürst Ferenc von Beketschi, seine schöne Schwester Helene und der bärenstarke Hufschmidt stehen im Mittelpunkt des verzweifelten Kampfes, den die ungarischen Bauern, die Korutzen, am Anfang des 18. Jahrhunderts gegen ihre Unterdrücker, die Türken und die Österreicher führen. Nur ein Ziel vor Augen. Freiheit für Ungarn. Komm, schnell, schnell! Es gibt Essen! Hoppla! Der schöne Igel! Schreib doch! Oh, ich halte das mal an! Sorgfischen Feuer! Wir haben ein paar alte Möbel vereint. Umso besser! Die Siegesfeier kann beginnen! Sing uns ein lübsches Lied vor, Rilana! Mach doch! Prima! Oh, ja! Was soll's? Was soll's denn? Schwesterchen, lass dir was einfallen. Nun mach schon, lass dir nicht bitten. Spielen wir das Lied vom Regenbogen. Gut, den Regenbogen. Das ist ein Einfusschatz. Als die Mutter mich gebar, grüne Ahau, ehe Lager war. Und dann ist ein Regenbogen über mich hinweg gezogen. Für mich gäbe schweres Gold, deshalb mancher, der mir heult. Und dann ist ein Regenbogen Und dann ist ein Regenbogen über dich hinweg gezogen. Seitdem hab' ich Tag und Nacht immer nur an dich gedacht. Warum war' ich dir so heult? Hattest weder Geld noch Gott. Doch dann ist ein Regenbogen über uns hinweg gezogen. Lass uns Gold am Himmel sehen und gemeinsam betten gehen. Danke, Schwesterchen. Seid ihr vollkommen übergeschnappt? Du hast ja sonderbare Manieren, Schulmeister. Ich? Du kannst uns doch nicht einfach so überfallen. Mach das Feuer aus. So weit kommt's noch, dass du hier Befehle gibst. Dann muss ich es eben selber machen. Ein Zigeuner macht sein Lagerfeier selber aus. Diese Sauwirtschaft hört auf. Wir sind hier nicht im Zigeunerlager. Arpat, hm? Der Fürst möchte dich gern sehen. Siehst du nicht, dass wir feiern? Komische Feier. Ach! Das hat man davon, wenn man eine Stadt erobert. Nein, nein und nochmal nein. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Borgeny habe nicht ich verloren, mein lieber Herr General. Eine Gaunerei? Ein Zigeunertrick? Nichts weiter? Das Verhandlungsangebot ist unterwegs. Wir in Wien sind der Meinung, wann in Ungarna Ungar regiert, dann ist er Ruhe. Ruhe haben Sie gesagt? Biketschi? Der wird nie Ruhe geben. Nein, undenkbar. Das ist kein Mann, der im Auftrag regieren will. Der will selber herrschen. Er hat es auf die Stephanskrone abgesehen. Na, 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 na. So schlimm ist der Borgeny. Ich kenn Schlimmere, die nicht so leicht zu Verhandlungen bereit sind, General. Sie müssen ja nicht verhandeln. Ich kann noch vorher nach Borgeny ausrücken. Womit wollt ihr es zurückerobern? Etwa mit eurer letzten Kompanie? Mit der halben sogar. Langsam. Langsam, Herr General. Die Besatzung von Borgeny dürft euch doch bekannt sein. Aber natürlich. Hussar, nicht wahr? Wenn ich richtig informiert bin. Ja? Selbstverständlich. Hussaren unter dem Kommando von Rittmeister Kellemann. Mhm. So, so. Was ist? Was wollen Sie damit andeuten? Nichts von Bedeutung, General. Fast nichts. Außer dem Umstand, dass ... Dass das österreichische Hussarenkontingent in seiner jetzigen Zusammensetzung fast ausschließlich aus Ungarn besteht. Heißt das, Sie zweifeln an der Loyalität der Hussaren? Stimmt. Aber es geht nicht darum. Mein lieber General, wir haben den ausdrücklichen Befehl des Kaisers zu verhandeln. Und dabei bleibt es vorerst auch. Bitte? Ich hab den Herrn persönlich hier begleitet. Ging das nicht ein bisschen schneller? Das war leider nicht möglich. Der Herr Zigeuner, das heißt die Herren Zigeuner, sitzen im Salon am Lagerfeuer und musizieren. Was? Aha. Was hast denn du erwartet? Hm? Aber wie hätten wir denn unseren Hammel braten sollen, ha? Natürlich, so wie es jeder anständige Mensch tut. In der Küche, im Bratofen. So eine Sauwirtschaft. Könnt ihr euch nicht irgendwo anders streiten? Tja. Ha. Der Gouverneur ist zur Verhandlung bereit. Appart, was hältst du davon? Jeder weiß, dass wir uns in Borogeneu nicht lange behaupten können. Trotzdem dieses Angebot. Also du glaubst auch. Eine Falle. Tja. Natürlich ist es eine Falle. Ich bin mir nur noch nicht darüber im Klaren, wer, wer am Ende in der Falle sitzt. Schau mal da. Ganz gut. Das kann sich sehen lassen. Ich sag Ihnen, für dasselbe Geld habe ich vor einer Woche fast doppelt. Was glotzen die denn so? Ist denn das die Möglichkeit und das will eine anständige Frau sein? So ein schamloses Weibstück auf offener Straße stillen. Mach das hier weiter, kommt ihr lause Lümmel, das ist nichts für euch. Das ist nicht zu glauben. Schamgefühl kennt diese Person wohl nicht. Man sollte diese Brut aus der Stadt werfen. Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht? Man sollte dich hier wegprügeln, du ehrloses Geschöpf, du Hure, du! Wenn es Hunger hat? Wie meint sie? Sie sagt, dass das Kind Hunger hat. So. Na dann säug dein Balk wo du willst, aber nicht hier auf der Straße. Hast du verstanden? Lass dich hier bloß nicht mehr sehen, verkommenes Mensch! Aus der Stadt jagen sollte man das ganze Zigeulergesindel. Ich hab euch gesagt, von der Krone war nicht die Rede. Verkauf dich nicht zu billig, Fürst. Wenn du überhaupt verhandeln willst, dann nur um die Krone. Nicht zu fassen, dieser Zigeuner. Du denkst wohl, eine Krone ist was zum Verscherbeln. Versteh mich nicht falsch, die wollen dir doch nichts schenken. Sehr richtig, die wollen uns kalt stellen. Du wirst zwar König von Ungarn, aber von Österreichs Gnaden. Also werden wir uns in Kürze kampflos zurückziehen. Ins Niemandsland. Ich denke, du solltest nach Buda. Du hast es vorhin selbst gesagt, es ist unmöglich mit ein paar hundert Kurutzen. Mit ein paar hundert Kurutzen vielleicht. Aber dazu ein gut ausgerüstetes Regiment. Das ist doch ein kleiner Unterschied, oder? Und woher bekomme ich ein Regiment? Ist schon hier. Rittmeister Kehlimen? Mhm. Die verdammten Zigeuner, jetzt haben wir sie endlich erwischt. Das ist meine Ziege, die erlumpen. Na, warte. Das werden die bereuen. Die schicken ihre Kinder ran. Jetzt haben wir sie endlich mal erwischt. Lassen Sie mich jetzt. Lassen Sie mich jetzt. Diesmal kriegen wir sie. Na, warte. Na, warte. Wenn wir euch kriegen. Diesmal kriegen wir sie. Diesmal kriegen wir sie. Diesmal kriegen wir sie. Das ist ein Gesende. Ach, liebe. Ach so, du kleines Miststück. Was wolltest du denn mit meiner Ziege? Und mit meinen Weintrauben? Lass mich, die Ziege gehört mir. Doch noch reich werden, was? Wo hast du sie denn her, wenn sie dir gehört? Der gute Devil hat sie mir geschenkt. Was hat sie gesagt? Sie sagt, der Mann, der Devil heißt, hat dir die Ziege geschenkt. Devil, Devil, das klingt ja fast wie Teufel. Der gute Devil ist ein Geist, der uns alles schenkt, was wir finden. Der hat dir meine Ziege geschenkt. Und meine Weintrauben. Na, worauf wachten wir? Wie bringen wir erst was zur Scharnammerie? Richtig, das machen wir. Wäre ja noch schöner, wenn der Teufel unser Eigentum verschenken dürfte. Rittmeister Kelemin. Rittmeister? Mein Freund Arpard möchte ein paar Fragen stellen. Der Zigeuner? Ja, Hussar, der Zigeuner. Hast du was dagegen? Was willst du wissen? Hussar, du hast vor zwei Wochen einigen ungarischen Bauern zur Flucht in die Türkei verholfen. Wer hat das behauptet? Keiner hat das behauptet. Ich habe zugesehen. Sie werden sonst verhungert. Du hattest den Befehl, sie nach Ungarn zurückzutreiben. Willst du mich erpressen? Nein. Ich wollte nur sagen, du hast trotz allem nicht vergessen, dass du Ungar bist. Und dass deine Hussaren auch Ungarn sind. Ungarn, die gegen Ungarn Krieg führen, ja. Das ist meine Pflicht. Ich bin Soldat. Landsknecht. Man hat mir aus Buda ein Verhandlungsangebot geschickt. Um die Stephanskrone. Die Stephanskrone? Ja. Wollt ihr mit eurem Regiment die Kurutsen nach Buda begleiten? Wenn es... wenn der Kaiser... Darf ich das Dekret sehen? Es ist kein kaiserliches Dekret, sondern nur ein Verhandlungsangebot. Da steht nichts über die Stephanskrone. Ja, das ist richtig. Welche Bedingungen müssen für euch erfüllt sein, um mich zu begleiten? Es genügt mir, dass über die Krone verhandelt werden soll. Gut, ich verstehe. Rätmeister Kehlemann bittet sich verabschieden zu dürfen. Augenblick noch, Herr Rätmeister. Ich wäre bereit, euch das Gefängnis gegen euer Ehrenwort zu ersparen. Mein Ehrenwort als kaiserlicher Offizier. Wenn ihr bitte nebenan warten wollt, ich gebe euch eine Nachricht für die Wache mit. Fürstin? Ja? Darf ich etwas ganz Selbstverständliches sagen? Du bist sehr schön. Ganz neue Töne. Zigeuner Apat schmeichelt. Wir haben Frieden. Man kann wieder über angenehmere Dinge sprechen. Sogar der dumme Husar hat bemerkt, dass du schön bist. Was soll das heißen? Was geht mich dieser Landsknecht an? Der Mann ist doch ein Verräter. Nicht ganz, meine Fürstin. Der Mann braucht nur noch ein Papierchen für seine Sicherheit. Und dummerweise haben wir genau das nicht. Aber es gäbe eine Möglichkeit, dass er auf jeden Fall mit uns nach Buddha marschiert. Apat, du bist ein infamer Geselle. Verzeih mir, Fürstin. Herr Rittmeister. Herr Rittmeister, ich habe Sie gekränkt. Wollen Sie meine Entschuldigung entgegennehmen? Mein Bruder hätte das nicht von Ihnen fordern dürfen. Ihre Treuepflicht als Soldat. Prinzessin, für Euch... Für Euch würde ich... Für mich können Sie im Augenblick nur eines tun. Meine Entschuldigung entgegennehmen. Prinzessin. So, jetzt werden wir mal aufräumen mit dem Gesindel. In Jesko wollten Sie am helllichsten Tag die Ziege vom Hals spälen. Raus mit dem Gesindel aus der Stadt! Schlag sie tot, ist der Brot! Die Brennen uns doch die ganzen Felder leer! Das ist ja meine gestohlene Ziege! Aber dass wir euch die Rüstreicher vom Hals geschafft haben, dazu waren wir gut genug! Ihr Schreiner! Für Spickeschi hat uns befreit und nicht gedreckt die Zigeuner! Du klaust hier nichts mehr, Zigeuner! Halte den Kerl fest! Der hat den Wirkung gebracht! An den Geigen mit dem Zigeuner! Jetzt werden wir euch mal... Hier wird nicht gelinscht! Schluss! Da bin ich aber sprachlos! Ich denke, die Österreicher haben hier endlich ausgespielt! Egal wer hier regiert! Der Pöbel jedenfalls nicht! Schafft sie zur Gendarmerie? Lasst uns doch nicht die Pfeil hier mal schlafen! Den Weg könnt ihr euch fragen! Die lassen sich doch sowieso gleich wieder laufen! Ich habe mit eigenen Augen gesehen, die Ziege wollte sie gerade von einem Baum losbinden und die Kleinen haben sich über die Trauben hergemacht! Und dann hat sie gesagt, der Teufel hat mir die Ziege geschenkt! Nicht der Teufel, der gute Teufel! Ja, hören Sie selbst! Sie gibt es zu! Berein mit ihr! Der Zigeuner hat den Zigeuner erstochen! Nichts weiter! Kleine Wunde? Und warum hast du gleich auf ihn einstecken? Weil ihr über uns hergefallen seid! Das ist eine gemeine Lüge! Der Wirt hat gesagt, ihr habt mit dem Streit angefangen! Gendarm! Los! Lasst den Zigeuner einsperren! Wir müssen uns um den Wirt kümmern! Hoffentlich ist er inzwischen noch nicht tot! Hände weg! Echt die Tür auf! Haltet euch ruhig! Lasst unsere Freunde fangen! Halt sie fest! Los! Aus! Medula, was ist hier los? Sie haben behauptet, ich bin eine Diebe! Weil der Teufel ihr meine Ziege geschenkt hat, darum! Aber das ist nur eine Ausrede! Nicht der Teufel, sondern der gute Devil! Der gute Devil ist nicht der Teufel, sondern das ist unser Wort für Gott! Lasst das verstehen die sowieso nicht! Los! 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 Die Diebe! Verstehe ich das richtig? Sie lassen diese Verbrecher laufen? Sie überfallen die Gendarmerie Station, ohne dass jemand was tut? Raus mit dem Zigeunerpack! Häpp! Häpp! 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 Ein Siegesfest mit Bauern und Zigeunern? Musste das sein? Das Siegesfest? Nein, ich verstehe, dass der Fürst durch ein großes Fest aller Welt seinen Erfolg demonstrieren will. Ihr meint, wieso er mit Bauern und Zigeunern feiert? Ja. Nehmt zur Kenntnis, Herr Rittmeister, dass Bauern und Zigeuner für Ungarn gekämpft haben. Kann ich mit eurem Bruder sprechen? Sicher. Ferdinand? Entschuldigt. Rittmeister? Fürst? Wann reitet ihr nach Buda? Die Husaren reiten mit. Ein Lagerfeuer mitten im Salon? Die zünden die ganze Stadt an. Hepp, 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 hepp. Bevor sie die ganze Stadt anzünden, bin ich dafür, dass wir die Sache selber in die Hand nehmen. Es gibt nur eins, wir müssen sie ausräuchern. Na los, kommt. Lasst euch nicht sehen. Passt auf, Männer. Los. Und macht schon. Los, los. Los, schneller, schneller, Leute. Und jetzt zum nächsten Zigeunerhaus. Damit es sich lohnt. Komm, rubber. Vielen Dank. Ruhe! Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Die Zigeuner werden gejagt! Was ist das? Ich muss raus. Ich rufe die Kurzen zusammen. Das geht nur uns was an. Sollen wir euch alleine lassen? Ja, es ist besser. Kommt gar nicht in Frage. Alarmiert die Kurzen. Nein, Fürst. Lasst uns das alleine abmachen. Sollen wir vielleicht zusehen, wie sie euch abschlachten? Lasst uns allein, dann fließt weniger Blut. Musik! Nein! Glaub mir, Fürst, ich weiß, was ich tue. Das Fest geht weiter. Komm, Relana! Halt! Bleibt hier. Raus mit dem Zigeunerpack! Hä, hä, hä! Raus mit dem Zigeunerpack! Hä, hä, hä! Raus mit dem Zigeunerpack! Hä, hä, hä! Hä, hä, hä! Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Prinzessin, darf ich bitten? Rittmeister, mir ist nichts zum Tanzen zumute. Verstehe. Prinzessin, unterhalten sich lieber mit einem Zigeuner. Was für ein Unsinn, Rittmeister Kehlemann. Helene. Das ist eine Unverschämtheit, Rittmeister. Aber ihr Husaren seid wohl an schnelle Eroberungen gewöhnt. Ich habe verstanden, der Husar war gut genug, dem Herrn Bruder die Krone zu sichern. Das, das ist... Der Husar darf Abschied nehmen. Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Geist doch nicht länger hier, wir prügeln ihn zur Stadt hinaus! Ja! Raus! Na, na, na. Raus mit dem Zigeunerpacker! Los geht's. Da! Ramm! 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 Bram, Bram, Bram! Bram, 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 Bram! Bram, Bram! Denkt! Nicht der Teufel, der gute Teufel! Hören Sie sich selbst! Sie gibt es zu! Verein mit ihr! Der Zigeuner hat den Zigeuner erstochen! Kleine Wunde? Und warum hast du gleich auf ihn einstechen? Weil ihr über uns hergefallen seid! Das ist eine gemeine Lüge! Der Wirt hat gesagt, ihr habt mit dem Streit angefangen! Gendarm, los! Lasst den Zigeuner einsperren! Wir müssen uns um den Wirt kümmern. Hoffentlich ist er inzwischen noch nicht tot. Hände weg! Rächt die Tür auf! Haltet euch ruhig! Lasst unsere Freunde frei! Medula, was ist hier los? Sie haben behauptet, ich bin eine Diebin. Weil der Teufel ihr meine Ziege geschenkt hat, darum. Aber das ist nur eine Ausrede. Nicht der Teufel, sondern der gute Devil. Der gute Devil ist nicht der Teufel, sondern das ist unser Wort für Gott. Lars, das verstehen die sowieso nicht. Raus! Raus! Los, raus! Verstehe ich das richtig? Sie lassen diese Verbrecher laufen? Sie überfallen die Gendarmerie-Station, ohne dass jemand was tut? Raus mit dem Zigeunerpack! Häpp! Häpp! Raus mit dem Zigeunerpack! Häpp! 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 Raus mit dem Zigeunerpack! 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 Raus mit dem Zigeunerpack! Raus mit dem Zigeunerpack! Häpp! Aufhören! Ein Siegesfest mit Bauern und Zigeunern? Musste das sein? Das Siegesfest? Nein, ich verstehe, dass der Fürst durch ein großes Fest aller Welt seinen Erfolg demonstrieren will. Ihr meint, wieso er mit Bauern und Zigeunern feiert? Ja. Nehmt zur Kenntnis, Herr Rittmeister, dass Bauern und Zigeuner für Ungarn gekämpft haben. Kann ich mit eurem Bruder sprechen? Sicher. Ferdinand? Entschuldigung. Herr Rittmeister? Fürst. Wann reitet ihr nach Buda? Die Husaren reiten mit. Für mich gäbe schweres Gold, deshalb mancher, der mir heult. Und dann ist ein Regenbogen über dich hinweggezogen. Seitdem hab' ich Tag und Nacht immer nur an dich gedacht. Warum war' ich dir so holl, hattest weder Geld noch Gott. Doch dann ist ein Regenbogen über uns hinweg gezogen. Lass uns Gold am Himmel sehen und gemeinsam betten gehen. Danke, Schwesterchen. Seid ihr vollkommen übergeschnappt? Du hast ja sonderbare Manieren, Schulmeister. Ich? Du kannst uns doch nicht einfach so überfallen. Mach das Feuer aus. So weit kommt's noch, dass du hier Befehle gibst. Dann muss ich es eben selber machen. Ein Zigeuner macht sein Lagerfeier selber aus. Diese Sauwirtschaft hört auf! Wir sind hier nicht im Zigeunerlager. Arpat, hm? Der Fürst möchte dich gern sehen. Siehst du nicht, dass wir feiern? Komische Feier. Das hat man davon, wenn man eine Stadt erobert. Nein, nein und nochmal nein. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Borge, nö, habe nicht ich verloren, mein lieber Herr General. Eine Garnerei, ein Zigeunertrick, nichts weiter. Das Verhandlungsangebot ist unterwegs. Wir in Wien sind der Meinung, wann in Ungarna Ungar regiert, dann ist er Ruhe. Ruhe, haben Sie gesagt? Biketschi? Der wird nie Ruhe geben. Nein, undenkbar. Das ist kein Mann, der im Auftrag regieren will. Der will selber herrschen. Er hat es auf die Stephanskrone abgesehen. Na, 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 na. So schlimm ist der Borge, nöt. Ich kenne Schlimmere, die nicht so leicht zu Verhandlungen bereit sind, General. Sie müssen ja nicht verhandeln. Ich kann noch vorher nach Borge, nö, ausrücken. Womit wollt ihr es zurückerobern? Etwa mit eurer letzten Kompanie? Mit der halben sogar. Langsam, langsamer, General. Die Besatzung von Borge, nö, dürft euch doch bekannt sein. Aber natürlich. Husan, nicht wahr? Wenn ich richtig informiert bin. Ja. Selbst wollen Sie damit andeuten? Nichts von Bedeutung, General. Fast nichts. Außer dem Umstand, dass... Dass das österreichische Husan-Kontingent in seiner jetzigen Zusammensetzung fast ausschließlich aus Ungarn besteht. Heißt das, Sie zweifeln an der Loyalität der Husan? Stimmt. Aber es geht nicht darum. Mein lieber General, wir haben den ausdrücklichen Befehl des Kaisers zu verhandeln. Und dabei bleibt es vorerst auch. Bitte? Ich hab den Herrn persönlich hier begleitet. Ging das nicht ein bisschen schneller? Das war leider nicht möglich. Der Herr Zigeuner, das heißt die Herren Zigeuner, sitzen im Salon am Lagerfeuer und musizieren. Was? Aha. Was hast denn du erwartet? Aber wie hätten wir denn unseren Hammel braten sollen, ha? Natürlich, so wie es jeder anständige Mensch tut. In der Küche, im Bratofen. So eine Sauwirtschaft. Könnt ihr euch nicht irgendwo anders streiten? Der Gouverneur ist zur Verhandlung bereit. Aber, was hältst du davon? Jeder weiß, dass wir uns in Borogenö nicht lange behaupten können. Trotzdem, dieses Angebot? Also, du glaubst auch, eine Falle? Natürlich ist es eine Falle. Ich bin mir nur noch nicht darüber im Klaren, wer, wer am Ende in der Falle sitzt. Schau mal da. Ganz gut. Das kann sich sehen lassen. Ich sag Ihnen, für dasselbe Geld habe ich vor einer Woche fast doppelt. Was glotzen die denn so? Ist denn das die Möglichkeit und das will eine anständige Frau sein? So ein schamloses Weibstück auf offener Straße stillen. Macht das hier weiter, kommt ihr lause Lümmel. Das ist nichts für euch. Das ist nicht zu glauben. Schamgefühl kennt diese Person wohl nicht. Man sollte diese Brut aus der Stadt werfen. Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht? Man sollte dich hier wegprügeln, du ehrloses Geschöpf. Du Hure, du. Wenn es Hunger hat. Wie meint sie? Sie sagte, dass das Kind Hunger hat. So. Na, dann säug dein Balk, wo du willst, aber nicht hier auf der Straße. Hast du verstanden? Lass dich hier bloß nicht mehr sehen, verkommenes Mensch. Aus der Stadt jagen sollte man das ganze Zigeunergesindel. Ich hab euch gesagt, von der Krone war nicht die Rede. Verkauf dich nicht zu billig, Fürst. Wenn du überhaupt verhandeln willst, dann nur um die Krone. Nicht zu fassen, dieser Zigeuner. Du denkst wohl, eine Krone ist was zum Verscherbeln. Über angenehmere Dinge sprechen. Sogar der dumme Husar hat bemerkt, dass du schön bist. Was soll das heißen? Was geht mich dieser Landsknecht an? Der Mann ist doch ein Verräter. Nicht ganz, meine Fürstin. Der Mann braucht nur noch ein Papierchen für seine Sicherheit. Und dummerweise haben wir genau das nicht. Aber es gäbe eine Möglichkeit, dass er auf jeden Fall mit uns nach Buddha marschiert. Ach, Pat, du bist ein infamer Geselle. Verzeih mir, Fürstin. Herr Rittmeister, Herr Rittmeister, ich habe Sie gekränkt. Wollen Sie meine Entschuldigung entgegennehmen? Mein Bruder hätte das nicht von Ihnen fordern dürfen. Ihre treue Pflicht als Soldat. Prinzessin, für euch, für mich würde ich... Für mich können Sie im Augenblick nur eines tun. Meine Entschuldigung entgegennehmen. Prinzessin. So, jetzt werden wir mal aufräumen mit dem Gesindel. Dem Jesko wollten Sie am helllichsten Tag die Ziege vom Hals spelen. Raus, mit dem Gesindel aus der Stadt! Schlag Sie tot, ist der Brot! Die Bröder hat doch die ganzen Felder leer. Das ist ja meine gestohlene Ziege. Aber dass wir euch die Rüstreiche vom Hals geschafft haben, dazu waren wir gut genug. Ihr Schreiner! Für Spikischi hat uns befreit und nicht gedreht die Zigeuner! Du klaust hier nichts mehr, Zigeuner! Ja, zigeuner! Halte den Kerl fest, der hat den Wirkung gebracht, an den Galgen mit dem Zigeuner! Ja, aufhängen! Jetzt wählen wir euch mal. Und eigentlich nicht. Hier wird nicht gelinscht. Schluss! Frau Festbeginen, hängt Sie alle auf! Da bin ich aber sprachlos. Ich denke, die Österreicher haben hier endlich ausgespielt. Au! Egal, wer hier regiert. Der Pöbel jedenfalls nicht. Schnappst du zur Gendarmerie? Lasst uns das nicht die Feige verschlafen! Den Weg hört ihr euch klar, die lassen sich doch sowieso gleich wieder laufen! Ich hab mit eigenen Augen gesehen, die Ziege wollte sie gerade von einem Baum losbinden und die Kleinen haben sich über die Trauben hergemacht. Und dann hat sie gesagt, der Teufel hat mir die Ziege geschenkt. Nicht der Teufel, der gute Zeufel! Ja, hören Sie selbst, Sie gibt es zu! Rein mit dir! Der Zigeuner hat den Zigeuner gestochen! Nichts weiter! Kleine Wunde? Und warum hast du gleich auf ihn einstecken? Weil ihr über uns hergefallen seid! Das ist eine gemeine Lüge! Der Wirt hat gesagt, ihr habt mit dem Streit angefangen! Gendarm, los! Lasst den Zigeuner einsperren! Wir müssen uns um den Wirt kümmern. Hoffentlich ist er inzwischen noch nicht tot. Hände weg! Echt die Tür auf! Verhaltet euch ruhig! Lasst unsere Freunde fassen! Geht raus! Halt die Türe! Los! Auf! Medula, was ist hier los? Sie haben behauptet, ich bin eine Diebe. Weil der Teufel ihr meine Ziege geschenkt hat. Darum! Aber das ist nur eine Ausrede! Nicht der Teufel, sondern der gute Devil! Der gute Devil ist nicht der Teufel, sondern das ist unser Wort für Gott! Und macht schon los, los! Hier! Echt doch! Lass uns das! Los, schneller! Schneller, Leute! Und jetzt zum nächsten Zigeunerhaus! Damit es sich lohnt, kommt es los! Und das ist schon ganz wichtig. Lass uns das! Türen! H Росс! Und dann geht's das! Hüi! 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 Ruhe! Ruhe! Raus mit dem Zigeunerpack! Hepp, hepp, hepp! 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 Die Zigeuner werden gejagt! Was ist das? Ich muss raus. Ich rufe die Kurzen zusammen. Das geht nur uns was an. Sollen wir euch alleine lassen? Es ist besser. Kommt gar nicht in Frage. Alarmiert die Kurzen. Nein, Fürst! Lasst uns das alleine abmachen. Sollen wir vielleicht zusehen, wie sie euch abschlachten? Lasst uns allein, dann fließt weniger Blut. Musik! Nein! Glaub mir, Fürst, ich weiß, was ich tue. Das Fest geht weiter! Komm, Relana! Halt! Bleibt hier! Die Zigeunerpack! Ruh! Raus mit dem Zigeunerpack! Rauschen mit dem Zigeunerpack Das nicht ein bisschen schneller? Das war leider nicht möglich, der Herr Zigeuner, das heißt die Herren Zigeuner, sitzen im Salon am Lagerfeuer und musizieren Was? Aha Was hast denn du erwartet? Aber wie hätten wir denn unseren Hammel braten sollen, ha? Natürlich, so wie es jeder anständige Mensch tut, in der Küche, im Bratofen So eine Sauwirtschaft Könnt ihr euch nicht irgendwo anders streiten? Tja, der Gouverneur ist zur Verhandlung bereit Appert, was hältst du davon? Jeder weiß, dass wir uns in Boroschenö nicht lange behaupten können Trotzdem, dieses Angebot Also du glaubst auch, eine Falle? Natürlich ist es eine Falle Ich bin mir nur noch nicht darüber im Klaren, wer, wer am Ende in der Falle sitzt Schau mal da, ganz gut, das kann sich sehen lassen Ich sage Ihnen, für dasselbe Geld habe ich vor einer Woche fast doppelt Was glotzen die denn so? Ist denn das die Möglichkeit und das will eine anständige Frau sein? So ein schamloses Weibstück auf offener Straße stillen Macht das hier weiter, kommt ihr lause Lümmel, das ist nichts für euch Das ist nicht zu glauben Schamgefühl kennt diese Person wohl nicht Man sollte diese Brut aus der Stadt werfen Sag mal, schämst du dich überhaupt nicht? Man sollte dich hier wegprügeln, du ehrloses Geschöpf Du Hure, du Wenn es Hunger hat Wie meint sie? Sie sagte, dass das Kind Hunger hat So, na dann säug dein Balk wo du willst Aber nicht hier auf der Straße Hast du verstanden? Lass dich hier bloß nicht mehr sehen, verkommenes Mensch Aus der Stadt jagen sollte man das ganze Zigeunergesindel Ich habe euch gesagt, von der Krone war nicht die Rede Verkauf dich nicht zu billig, Fürst Wenn du überhaupt verhandeln willst, dann nur um die Krone Nicht zu fassen, dieser Zigeuner Du denkst wohl, eine Krone ist was zum Verscherbeln Versteh mich nicht falsch, die wollen dir doch nichts schenken Sehr richtig, die wollen uns kalt stellen Du wirst zwar König von Ungarn, aber von Österreichs Gnaden Also werden wir uns in Kürze kampflos zurückziehen Ins Niemandsland Ich denke, du solltest nach Budan Du hast es vorhin selbst gesagt, es ist unmöglich mit ein paar hundert Kurutzen Mit ein paar hundert Kurutzen vielleicht Aber dazu ein gut ausgerüstetes Regiment Das ist